Finde in diesem Video heraus, welcher Geschwisterwagen der beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Wir starten mit dem HAUK DUETT 2. Der DUETT 2 hat zwei Sitze, die versetzt übereinander angeordnet sind. Der untere Sitz eignet sich für Kinder ab sechs Monaten, der obere Sitz ist für Neugeborene und Säuglinge konzipiert. Beide Sitze halten je eine maximale Belastung von 15 kg aus und gemeinsam mit dem Korb hat der Geschwisterwagen eine Belastbarkeit von 36 kg. Im unteren Sitz sitzt das Kind in Fahrtrichtung. Der obere Sitz ist in einer Ausrichtung in oder entgegen der Fahrtrichtung möglich. Der Kinderwagen ist mit einem 5-Punkt-Gurtsystem ausgestattet, damit deine Kleinen immer sicher unterwegs sind. Der obere Sitz verfügt zusätzlich über einen Sicherheitsbügel und eine dreifach verstellbare Rückenlehne. Die Fußstütze des neugeborenen Sitzes ist vierfach einstellbar, sodass dein Baby immer bequem sitzen kann. Der schwarze Kinderwagen hat außerdem einen Winkelgriff, der sich dreifach in der Höhe verändern lässt. Die Sonnenverdecke sind verlängerbar und zum Lieferumfang gehören zwei Regenverdecke. So bist du für jede Wettersituation gerüstet. Weiter machen wir mit dem Hauk Freerider. Der Freerider ist ein Kinderwagen, der bis zu 36 kg aufnehmen kann. Er hat zwei Sitze, die jeweils 15 kg tragen können. Beide Sitze sind mit einem gepolsterten 5-Punkt-Gurtsystem ausgestattet. Der Hauptsitz bietet eine Liegeposition und hat einen abnehmbaren Schutzbügel sowie eine mehrfach verstellbare Fußstütze. Seine Rückenlehne lässt sich mit einer Hand verstellen. Der hintere Sitz ist bei Bedarf abnehmbar. Somit besteht die Möglichkeit, den Buggy als Einzelkinderwagen oder Doppelkinderwagen zu nutzen. Du kannst den Wagen auch zusammenklappen, wenn du ihn transportieren möchtest. Der Geschwisterwagen wiegt 14,6 kg und hat drei Kunststoffräder. Die beiden hinteren Räder haben einen Durchmesser von 29 cm und sind mit Schutzblechen ausgestattet. Diese sind geschlossen, damit das Kind im Zweisitz nicht in die Räder fassen kann. Das Vorderrad ist schwenkbar und weist einen Durchmesser von 23 cm auf. Weiter machen wir mit dem Kunert Booster. Dieser Geschwisterwagen ist ein 3-in-1-Set. Er kann mit Babywanne oder Sportaufsätzen bestückt werden. Auch eine Kombination aus Wanne und Sportaufsatz ist möglich. Zusätzlich sind zwei Kfz-Babysitze mit dabei, sodass sich das Set für so gut wie alle Alltagssituationen eignet. Zudem legt Kunert noch zahlreiche Zubehörteile mit dazu. Dieses Set ist für Kinder ab der Geburt bis zu einem Körpergewicht von 15 kg geeignet. Die Aufsätze lassen sich in allen denkbaren Konstellationen aufbauen, zwei Sportaufsätze entgegen der Fahrtrichtung oder so, dass die beiden Kinder sich gegenseitig ansehen können. Auch die beiden Kfz-Sitze lassen sich auf dem Gestell montieren. Die Sportsitze haben mehrfach verstellbare Fußstützen und die Kinder werden mit einem Dreipunktgurt und Sicherheitsbügeln gesichert. Die Kfz-Sitze sind ebenfalls mit einem Dreipunktgurt ausgestattet. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!